Können wir nicht einfach weiterspringen? Und Creeper hochgehen und explodieren. Komm schon. Schneller. Jesse los. Nein, 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 nein. Haha, not useful. Not useful. Zwecklos von Wiegen. Not useful, my butt. Oh nein, Zeit, zu gehen. Los. Immer weiter. Anscheinend wird auch Musik gespielt auf dem Headset. Einen zum anderen. Einen zum anderen. Nehmen wir mal weiter. Einer von den beiden. Okay. Der, der, der an ihrer rechten, an ihrer linken Hand. Gut genug. Keine Angst. Ich bin hier. Sie versteht uns nicht. Sie versteht uns nicht. Ich wehle mit den Armen. 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 Du hast herausgefunden, wie mein Transmigration-Headset benutzt. Ich wehle mit den Armen. Oh-oh. Mhm. Mhm. Ich bin stärker als du. Weg mit dir. Yeah. Cool. Für Diensten. Ähm, 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 Bewegung! Let's move! Haha. Haha. Aber sie kann das nicht verstehen. That sound tends to mean trouble. Ja. In dich rein. Nicht zerstören. Okay. Komm mit. Glaubst du wirklich? Was? Seine Arroganz wird sein Untergang sein. Er unterschätzt uns. Gehen wir einfach zum nächsten. Du und deine Freunde! Du bist unsere einzige Hoffnung! Oh nein! Harper! Let's remove the redstone heart! Remove the redstone heart! Okay. Jesse, what's going on? Entfernen. Oder zerstören vielleicht. Everyone! I'm so trying to, if you drive away while Charlie's戲! Don't worry, I won't let you down! Cromise! Interference located. Mh... Identified. Hide and Seed, get on tessly. I think we can make that Headset useful. Begin Termination sequence! Oh! Oh miss! Au! Oh, wow. Das war Glück. Sie wurde geschnappt. Vergesst nicht, wer wir sind. Wir haben schon vieles geschafft. Zusammen. Wir können es schaffen. Redstone Heart. Du hast sie gesehen. Gut genug. Wasser. Immer Wasser. Also her damit. Jeder kriegt einen Eimer. Nutzt es weise. Okay. Auf geht's. Palma hat keine Chance. Naja. Hoffentlich. Denn selbst wenn wir die Chips zerstören, das sind dann immer noch Gegner für uns. Hm. Wir müssen uns durchschleichen. TNT, Redstone, Tränke. Unsichtbarkeit. Diese sind meine letzten zwei Potionen von Hause. Ich habe sie aufgenommen, nach unserer Skye-City-Avendure. Eine Potion von Schwindigkeit. Und... Eine Potion von Leaping. Uh. Diese kommen in Hand. Definitiv. Dann... Äh... Redstone. Definitiv. Es kommt immer in Hand. Definitiv. Genauso wie ein Knopf. Ganz klar. TNT. We've got TNT, some Redstone Dust, and a button. All I have to do is lay down a trail of this TNT, use the Redstone Dust as a fuse, stick a button to the end, push it and... Boom. Path cleared. That's great and all, but... How are you gonna lay down all that TNT and Redstone without Super Zombies attacking from every direction? Hm. These should do the trick. Choose, Jesse. Quickly now! Ich will lieber schnell sein. Schnelligkeit... Well, not endless. Ich mag Schnelligkeit. Two very good possibilities! Ich warte noch einen Moment. Und noch einen Moment. Okay, ich nehme die Schnelligkeit. Really, really fast. Gib mir die Potion of Swiftness. Fine! Don't rush me. Mit diesem, ich werde mich super schnell gehen und lay down all the TNT and Redstone before Palma even knows, was passiert. Don't worry, Jesse. Wir werden gleich hinter dir. Na ja, Stückchen. Potion, mach dein Ding. Oh yeah. Das ist cool, dass es so relativ gemacht wird, dass wir super schnell sind, indem alles super langsam wird für uns. Ich habe mir nämlich schon gedacht, das könnte schwierig werden, wenn wir spielen, unglaublich schnell zu sein. Dass wir so viel Redstone haben. Bitteschön, ein bisschen TNT für euch. Oh, los geht's. Ah, für euch Creeper auch. Vielleicht explodiert ihr ja mit. Okay. Für dich auch. Okay. Knöpfchen oben drauf und Klick. Tschüss. Hahaha. Super. Oh, das ist fast fertig. Sie wollen nicht sagen, Resistence ist futile. Obwohl das passen würde. Palma hat uns bemerkt, Leute. Hallo. Oh, I think Palma might be on to us. I wonder if those explosions had anything to do with it. Sorry. Nice. The town's people are already building the exit portal. We've got to shut down Palma before it can send its chip forces through it. I will find you, Jesse. I have lost the friends. Das sind keine wirklichen Freunde. Das sind Sklaven. In dem Fall aber auch sehr hilfreich. Kann ich nicht anders sagen. Oh Gott, Leute. Nutzt das Wasser. Oder gib sie mir. Stimmt, wir müssen ja die Türme zerstören. Okay. Okay. Oh, cool. Ich hoffe, sie schafft mir genügend Zeit. Ich weiß nicht, was uns da unten erwartet. Ich bin schon mal gespannt. Wow. Das ist cool. Oh, aber anscheinend hat er hier ganz schön viele Wachen aufgestellt. Dann noch mal Palma. Die drei Türme. Die müssen zuerst zerstört werden. Danke, Petra. Ich habe natürlich erwartet, dass ich dich erwartet habe. Doch ich werde sagen, dass ich mich überrascht bin, wie schnell du Zugang hast. Ich habe Hilfe. Ich habe Hilfe. Oh, ja. Oh, ja. Das muss nur ich wissen. Oh, jetzt hat sie futile gesagt. Oh. Wir werden uns durchkämpfen müssen. Okay, zuerst Zombies. Zombies sind machbare Gegner. Tschüss. Gut, dass es nur Zombies sind. Bei Menschen hätte ich jetzt schon Probleme. Zu töten wäre nicht gut. Aber Zombies, oder? Die spawnen eh jeden Tag neu. Ähm... Wie? Ah, okay. Das ist ja ne komische Methode. Du bist zu insignificant, um mich zu beschäftigen. Wir werden sehen, über das. Ich könnte übrigens das Wasser einfach nicht mehr aufnehmen. Definitiv, ja? Und das ist gut für uns. Denn wenn man jemanden unterschätzt, hat man fast immer einen Nachteil. Man sollte Leute lieber überschätzen, wenn man gegen sie antritt. Und dann ist man vorsichtig. Und dann ist man vorsichtig. Wow. Tja. Kapau. Dankeschön. Auf geht's. Komm. Haldihopp. Gehen wir weiter. Und... Wenn ich dich zerstört habe, dann gibt's nichts mehr, was unvermeidbar ist. Puh. Das müsste wehgetan haben. Okay, weiter geht's. Oh, sei vorsichtig, Jesse. Oh nein, aber... Oh Gott, was machen wir? Wow. Ich kann nicht meinen letzten Wasserbucket auf Harper, weil es noch eine Tauere gibt. Dann könnte ich ihn ja wieder aufnehmen. Aber gut. Muss ja nicht Minecraft-Login sein. Perfekt. Die nehme ich. Autsch. Aber ich glaube, es soll reichen, oder? Au. Au. Happer. Ich tue es nicht. Ich komme nicht weiter. Oh, oh. Ich gewinne Kraft. Oh, perfekt. Happer. Happer ist fast gestört. Los. Don't worry, Harper. Happer ist nearly finished. Good.